Herzlich willkommen! Heute richten wir den Blick auf die Adidas-Aktie, die nach Vorlage des Quartalsberichtes an der Börse leicht zulegen konnte. Aktuell notiert die Aktie bei rund 217 Euro. Trotz eines Kursrückgangs von etwa 10% in den letzten zwei Wochen steht seit Jahresbeginn weiterhin ein Plus von 18%. Wenn Sie neben unseren News an weiteren Aktien interessiert sind, dann schauen Sie ganz unten in der Videobeschreibung nach. Dort finden Sie den Link zu unserer Aktie des Monats. Dieser Kursrückgang steht im Widerspruch zu den erfreulichen Quartalszahlen von Adidas. Das Unternehmen konnte mit deutlichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen überzeugen und hat erneut die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Analysten zeigen sich nach dem dritten Quartalsbericht weiterhin überwiegend optimistisch für die Aktie des Sportartikelherstellers. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz im dritten Quartal währungsbereinigt um 10%. Besonders in Europa, China und Nordamerika konnte Adidas signifikante Wachstumszahlen verzeichnen. Das Betriebsergebnis erreichte 598 Millionen Euro und die operative Marge lag bei 9,3% beide Werte übertrafen die Ergebnisse des dritten Quartals des Vorjahres deutlich. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr hat Adidas seine Prognose für das Geschäftsjahr nach oben angepasst. Das Unternehmen erwartet nun ein Betriebsergebnis von rund 1,2 Milliarden Euro für das Jahr 2024. Das Umsatzwachstum in allen Regionen, auch in Nordamerika, trotz des Wegfalls der Yeezy-Produkte und die Reduzierung der Schulden tragen zu einem positiven Ausblick für die kommenden Quartale bei. In den letzten zwei Jahren hat die Adidas-Aktie eine beachtliche Entwicklung hingelegt und ihren Wert etwa verdoppelt. Dennoch sehen viele Analysten weiterhin Potenzial für Kurssteigerungen, da die Höchststände aus den Jahren 2020 und 2021 noch nicht erreicht sind. Während einige Analysten eine vorsichtige Haltung einnehmen und ein Kursziel von 220 Euro mit einem Holt-Votum festlegen, sind andere Analysten wesentlich optimistischer und setzten ihre Kursziele bei 275 bzw. 279 Euro an.